Seit Photoshop CC 2014 gibt es eine weitere Möglichkeit, wie man Auswahlen automatisiert erstellen lassen kann und das ist die sogenannte Fokusbereichsauswahl. Die gibt es wie gesagt erst seit diesem Jahr und dabei geht Photoshop hin und schaut sich das ganze Bild an, versucht herauszufinden, wo sind die scharfen Bereiche, wo ist das fokussierte Objekt und genau das Objekt wird dann freigestellt. Das funktioniert natürlich jetzt hier in diesem Fall besonders gut, weil das Model eben vor einem Hintergrund steht im Studio und an sich eigentlich komplett scharf ist, aber es dient auch wirklich jetzt gut dazu, dass ihr seht, wie das Ganze funktioniert und man muss auch wirklich sagen, das funktioniert sehr gut auch bei unruhigeren Hintergründen, Hauptsache das Model ist wirklich scharf oder das Objekt ist scharf, aber selbst da könnt ihr dann noch ein bisschen an den Reglern herumspielen und genau das zeige ich euch jetzt. Wir werden also hier nochmal auf Auswahl gehen und hier findet sich jetzt auch der Fokusbereich und was Photoshop direkt macht ist, ihr seht es hier unten an diesem drehenden Rädchen, es analysiert das ganze Bild ein bisschen und erstellt zunächst mal aus eigenem Berechnen raus eine erste Auswahl und alles was jetzt hier weiß ist momentan, das ist nicht ausgewählt, sondern das was wir hier sehen ist ausgewählt und wir schauen uns das Ganze mal in einem anderen Modus an. Ihr seht also hier den Ansichtsmodus, könnt ihr bei vielen Auswahlmethoden umschalten, dass ihr genau seht, wo hier die Auswahl ist. Im Moment wäre das hier jetzt im Maskierungsmodus alles was rot ist ausgewählt oder wenn wir es uns mal schwarz-weiß ansehen, würde das so aussehen, auf Ebenen so. Ja, also hier könnt ihr eure Präferenz einfach dann auswählen oder ihr drückt einen dieser Shortcuts und könnt dann dort direkt hin wechseln. Ich werde jetzt mal hier bei der Überlagerung bleiben, weil man es hier einfach besonders gut sieht. Ihr seht, Photoshop hat hier automatisch einen In-Fokus-Bereich festgelegt mit einem Wert von 3,5 und mit diesem Wert könnt ihr jetzt auch spielen, den können wir nach oben drehen, den können wir aber auch nach unten drehen. Das wäre jetzt hier wahrscheinlich eher angebracht, um hier ein bisschen mehr zu sagen, okay, hier hast du dich vertan, okay, dann müssen wir noch ein bisschen nach oben gehen. Jetzt ist das schon dazugekommen, ihr seht, da muss man dann einfach ein bisschen rumspielen. Hier ist jetzt schon das dazugekommen, da gehe ich jetzt mal einfach nochmal ein bisschen runter, da kann man auch die Pfeiltasten auf der Tastatur verwenden. Gehen wir mal auf 2,8, schauen, was dabei rauskommt. Das bleibt immer noch in der Auswahl. Das ist dann einfach ein bisschen rumprobieren, 2,7 passt hier und deshalb möchte ich erst mal hierbei belassen. Was aber natürlich direkt auffällt, dass hier immer noch Bereiche, die eigentlich zu der Person gehören, nicht mit ausgewählt wurden. Und hier kann man jetzt auf erweitert gehen und könnte hier noch einen Bildrauschenwert angeben. Ich muss aber auch sagen, diesen Regler benutze ich eigentlich sehr selten, aber er kann auch zu Verbesserungen führen. Ich gehe mal ein bisschen nach unten. Das wird jetzt hier wohl eher eine Verbesserung hinzubringen. Das war ein bisschen viel. Schauen wir mal bei 0,011 und gehen noch einen nach oben. Schauen, was dort rauskommt. Okay, der Wert war eigentlich perfekt, wenn man es sich jetzt anschaut. Trotzdem fehlt hier einfach noch dieser Bereich. Wir könnten jetzt also diese Auswahl mit OK bestätigen und hier noch selbst nacharbeiten. Aber auch hier bietet Photoshop euch die Möglichkeit zu helfen und zu sagen, hör mal, hier hast du noch was falsch gemacht. Das heißt, wir könnten jetzt mit diesem Plus-Symbol hier einfach noch etwas zu diesem Fokusbereich hinzumalen. Und dazu klicke ich einfach einmal an diese Stelle, wo ich sage, hier ist noch was im Fokus. Oder mal diese Stelle eben einmal aus, wie ihr hier seht. Und Photoshop erkennt dann selbst, okay, das hier gehört wohl noch dazu. Ihr könnt natürlich auch jederzeit eure Pinselspitze hier oben mit der Größe nochmal anpassen. Und hier unten fehlt uns natürlich auch noch was. Das male ich einfach noch grob einmal so an. Und Photoshop weiß direkt, was Sache ist und hilft mir dann, das auch noch zusätzlich auszuwählen. Auch hier oben haben wir noch einen kleinen Fehler. Den nehmen wir noch mit rein. Noch ein Stück. Da müsst ihr nicht sehr genau arbeiten. Das funktioniert sehr gut vom Automatismus her. Und ihr seht jetzt auch hier, wir haben das Ganze ausgewählt. Können jetzt diese Auswahl eigentlich schon bestätigen. Können aber auch hier jetzt noch festlegen, wie die Ausgabe vonstatten gehen soll. Wollen wir einfach nur eine Auswahl. Wollen wir dieses Bild direkt mit einer Ebenenmaske genau dieser Form hier belegen. Ich möchte jetzt mal eine neue Ebene mit einer Ebenenmaske. Das heißt, unsere Hintergrundebene wird sich jetzt kopieren und wird direkt die Auswahl als Maske bekommen. Ich klicke mal auf OK und ihr seht, genau das ist passiert. Wir haben eine Kopie der Hintergrundebene mit der Maske direkt. Und jetzt sehe ich hier, gibt es noch einen kleinen Fehler. Und das ist jetzt das Schöne. Wir können jetzt einfach auf die Maske gehen. Gehen zum Beispiel in den Maskierungsmodus. Beziehungsweise müssen wir hier auf die Maske wechseln. Und könnten jetzt hier noch in die Auswahl das Ganze mit reinnehmen. So und könnten jetzt hier, na, wir müssen doch hier auf die Ebene mit der Maske wechseln. Die fülle ich mit weiß und habe dann hier jetzt das Ganze einfach hinzugefügt. Das war jetzt schon so ein kleiner Einblick, wie das Ganze zusammenarbeitet. Das kommt natürlich dann mit der Zeit, wenn ihr die Sachen immer öfter anwendet. Ihr seht, ich arbeite zum Beispiel gerne mit dem Maskierungsmodus. In dem Fall hätte es natürlich jetzt auch direkt gereicht, wenn ihr direkt auf der Maske gemalt hättet. Zum Beispiel mit Schwarz in dem Fall jetzt. Dann kann ich das auch wieder wegmalen. Oder ich hätte es mit weiß direkt wieder reinmalen können. Das ist der Vorteil, ganz klar, der Masken. Das haben wir uns ja bereits ausführlich angesehen. Ich empfehle immer, arbeitet, wenn es geht, mit Masken. Und nicht so, dass ihr Bildelemente verliert, die zum Beispiel wegradiert oder eben ganz rauslöscht. Das war jetzt eigentlich der letzte Teil dieser Werkzeugreihe der Auswahlwerkzeuge. Ihr seht eine ganze Menge, die Photoshop hier mitliefert. Aber jedes Werkzeug dient in einer ganz besonderen Situation eben als bestes Werkzeug für die Auswahl. Wenn es um Farben geht, nutzt die Farbbereichsauswahl. Wenn es um geschwungene Formen geht, dann benutzt er den Zeichenstift. Wenn es ein einfaches Rechteck ist, nehmt ihr das Rechteck-Auswahlwerkzeug. Und wenn ihr zum Beispiel ein Objekt im Fokus habt, dann habe ich euch gerade gezeigt, wie das am besten funktioniert. Wie gesagt, es kommt immer ein bisschen auf den Hintergrund an. Da muss man dann durchaus immer noch ein bisschen Hand anlegen. Und einfach weil manche Auswahlen nicht ganz so perfekt passieren, gibt es in Photoshop noch eine Möglichkeit, diese Auswahlen etwas zu verbessern. Ihr seht das hier in den Haaren, dass die Auswahl wohl nicht ganz so top gewesen ist. Aber auch da kann man noch ein bisschen nachhelfen. Und wie das geht, das zeige ich euch gleich im nächsten Video.